ja hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ja mein lieb heute bin ich mal hier im strand in Sida und wollte mal die Ruhe hier genießen das meeresrauschen durch den ganzen den letzten tag den ganzen stress wollte ich heute mal hier ein bisschen spazieren hier die strand weg entlang ein bisschen mal paar kilometer laufen und 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018